Ja, liebe RamschlerTV-Zuschauer, wir sind hier wieder in Ramschler-Miesenbach unterwegs und diesmal mit einer Interviewreihe. Wer die Medien in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, wird sicherlich den 20. Januar 2017 sich schon ordentlich im Kalender markiert haben und ja, es geht um nichts anderes als um die Vereinigung des 45. US-Präsidenten der Vereinigten Staaten und ja, es ist tatsächlich Donald Trump. Was die Menschen hier aus Rheinland-Pfalz und Ramschler-Miesenbach darüber sagen und denken, das hören wir uns jetzt mal an. Bitte sehr. Ja, ich habe das zu respektieren. Der Mann wurde gewählt von den Amerikanern und sehen wir mal weiter. Also im Vorfeld das schon negativ sehen, finde ich vollkommen falsch. Ja, gut. No comment. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Es war eine Überraschung für mich, dass er das geschafft hat. Und mal schauen, was da kommt. Wenn er alles wahr macht, was er sagt oder gesagt hat im Wahlkampf, dann kommen einige Dinge auf uns zu. Dann müssen wir mal gucken, wie das alles wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann ich nicht dazu sagen, weil für mich ist das kein Politiker, sondern das ist ein ganz normaler, machtgieriger Mensch und der hat also mit Politik überhaupt nichts zu tun. Es kommen unsichere Zeiten auf uns zu, denke ich. Es ist die Entscheidung der Amerikaner. Ich habe keinen Einfluss drauf. Finde ich nicht gut. Ja, also ich sehe da auf uns so ein bisschen kleine Katastrophe drauf zu kommen. Eindruck wäre zu wenig gesagt. Das ist der ganze Ausdruck dieses Mannes. Ich mag Donald Trump nicht als Präsident. Mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich weiß zwar, wie ich meine, aber ich kann es leider nicht ausdrücken. Wie soll ich sagen, weiß er selber sehr wahrscheinlich nicht. Er ist ein Populist, denke ich. Und er gibt auch, ist ja bekannt, dass er viel Arbeiten abgibt an andere. Und da kann man nur hoffen, dass die Berater und die Minister, die er ernannt hat, dann auch wirklich anders denken als er. Ja gut, vom Geschäftlichen her ist er ein Geschäftsmann. Also er versteht das Geld zu machen und er war ja schon ein paar Mal Konkurs und hat immer wieder von Neuem angefangen. Politisch halte ich von ihm nicht viel. Also glaube ich nicht, dass er mit Obamas was erreichen kann. Der ist wie ein kleines Kind im Spielzeuglade, der entweder alles haben will oder alles kaputt macht. Nein, auf keinen Fall. Also das bezweifle ich sehr. Und sie hat ja auch gerade angekündigt gestern, die Frau Merkel, dass er also ihm Paroli bieten wird und also nicht alles gefallen lässt. Und ich denke mal, der wird anfangen mit Erpressungen und lauter solchen Kleinigkeiten in der Richtung. Das wird noch sehr interessant. Kann ich mir schwer vorstellen, aber es wird mit Sicherheit eine Zusammenarbeit geben. Glaube ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich hoffe es. Ich weiß bis heute nicht, wo weit die Verbindung nützlich war, die Verbindung von den beiden. Konnte ich nicht deuten. Nein. Das glaube ich kaum. Nein. Weil der Trump nicht dazu in der Lage ist, denke ich. Das ist meine Meinung. Nein, glaube ich nicht. Nein. Der wird sich ganz anders behandeln. Zum einen ist sie Europa und zum anderen ist sie eine Frau. So ihr Lieben, ihr habt es gehört. Viele, viele Antworten, aber auch fragwürdige Gesichter. Ja, was soll man sagen. Nun ist er wirklich der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Und ja, geben wir ihnen einfach mal eine Chance und schauen mal, was auf uns zukommt. In diesem Sinne macht es trotzdem gut. Bis zum nächsten Mal mit Rammstadt TV.